Das Team gewinnt. Wir werden gemeinsam zusammen einen Titel gewinnen auf dem Classic und dem DE2. Ich wollte heute eigentlich nochmal diese Aktion vorstellen, damit jeder genau weiß, was er zu tun hat. Aber ich werde jetzt nur nochmal ganz kurz zusammenfassen und dann ein Video verlinken von einem anderen YouTuber, der aktuell auch OFM Videos macht. Also ab dem 6.12. geht diese Aktion auf dem DE2 und dem Classic Server los. Dann müsst ihr alle der Fangruppe des MSV Duisburg beitreten, wenn ihr mit mir gemeinsam diesen Titel gewinnen wollt. Nur motivierte Leute suchen wir. Leute, die freiwillig verzichten, weil sie wissen, dass sie nicht so viel Zeit haben, denen sind wir sehr dankbar. So, also das Team gewinnt aus motivierten Managern, die fleißig bei dieser Aktion teilnehmen. Soweit ich gelesen habe, geht die Aktion dann bis zum 28.12. Und ja, bis dahin müssen wir dann alle hoffentlich alle Events abgeschlossen haben und 140 Punkte die maximale Anzahl pro Manager erreicht haben. Den Rest wird euch dann der YouTuber mit dem Namen A-Tipps erklären, der diese Aktion in einem Video vollständig vorgestellt hat. Link zu seinem neuen Video findet ihr in der Videobeschreibung. So, also jetzt noch ganz kurz ein Update von meinen beiden Vereinen. Am DE2 läuft es ganz gut. Ich habe sogar wieder eine kleine Chance auf die Vizemeisterschaft, auch wenn die wirklich nur sehr klein ist. Aber es ist wirklich gut gelaufen, die letzten Tage. Am Beta-Server schauen wir nicht nach. Am Classic-Server läuft es auch sehr gut. Ich bin sehr zufrieden, aber es gab jetzt einen kleinen Fehler. Eine Verletzung aufgrund von zu wenig Frische, das kann man sich natürlich sparen, lag daran, dass ich mich abends nicht mehr einloggen konnte. Normalerweise mache ich abends einen Kontrollgang. Der ist in letzter Zeit häufig ausgeblieben und deswegen hier jetzt auch höchst verdient. Natürlich eine Verletzung, weil ich nicht mehr kontrollieren konnte, ob die Frische für das Trainingslager und für die Turniere und so weiter reichen wird. Also hier eine Verletzung von Riccardo, Hedo, Aviles. Ist jetzt nicht so schlimm, aber auf jeden Fall ärgerlich. Das war es von dem Update. Also am DE2 läuft es sehr gut. Am Classic-Server läuft es gut, aber heute hat sich ein ärgerlicher Fehler eingeschlichen. Leute, macht bitte bei der Aktion mit. Und tretet alle der Fangruppe des MSO Duisburg bei, wenn ihr sagt, yo, ich bin motiviert bei der Sache. Und schaut euch das Video von meinem YouTube-Kollegen namens A-Tipps an. Ich wollte euch noch ganz kurz ein paar Sachen bei FIFA zeigen, weil jetzt ein paar Leute mal geschrieben hatten, yo, das interessiert mich auch sehr, wie du bei FIFA am Traden bist und wie du da deine Münzen machst. Und man sieht ja schon, ich habe 145.000 Münzen auf dem Konto und habe hier noch Buffon, Alves, Dalbert, Anderson, Daliska, Mario, Mandzukic und Hulk. Und nochmal Anderson, Daliska als Grundkarte. Also diese Karten sind auch nochmal sehr viel wert. Buffon würde ich jetzt mal schätzen 120.000 sollte er mir bringen. Dani Alves vielleicht 25.000, Dalbert vielleicht 17.000. Und Anderson, Daliska, ja, 79.000 bis 80.000 sollte er kosten oder bringen. Und Mario Mandzukic vielleicht 17.000, 18.000. Habe ich für 13.000 Münzen bekommen, war natürlich sehr günstig. Auch hier Buffon nur für 80.000 gekauft, das ist wirklich günstig. Dani Alves war jetzt nicht sowas von ein Schnäppchen, aber mit 20.000 Münzen auf jeden Fall auch gut dabei. Dalbert für 12.750, auch wirklich ein guter Preis. Anderson, Daliska war jetzt kein wirkliches Schnäppchen. Für 76.000. Das sind alle Spieler für mein zukünftiges Stammteam. Außer vielleicht Buffon, die Karte ist mir eigentlich zu viel wert. Und dann kann ich mir die anderen Spieler nicht mehr leisten. Und das sind alle Spieler für mein zukünftiges Stammteam. Ich bin aktuell hier wirklich am Schauen, dass ich mein Stammteam langsam zusammen bekomme. Und ja, Higuain, auf den biete ich aktuell noch. Der soll auch in mein zukünftiges Stammteam integriert werden. Ja Leute, ihr könnt ja mal abwarten, was das hier gibt. Wenn euch das interessiert, dann bringe ich gerne auch noch ein weiteres Video dazu. Aber viele Videos wird es nicht zu FIFA geben. Das war es von dem Video, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und nochmal ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich spiele hier bei FIFA komplett ohne Echtgeld. Und ich habe auch noch nie, außer einmal im Video, ein Pack gezogen. Das heißt, diese komplette Summe, die ihr hier bei Transfer Erlös seht, die habe ich quasi tatsächlich erwirtschaftet. Und die ist nicht irgendwie durch FIFA Points oder so entstanden. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen. Die Spieleinnahmen machen bei mir natürlich auch noch einen sehr großen Anteil aus. Muss man auch so ehrlich sagen. Man sieht es aber schon, ich habe auch auf der Transferliste aktuell noch sehr gute Spieler. Würde sicherlich auf knapp 400.000 Münzen kommen. Ja Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.